hallo und willkommen bei meinem neuen let's play projekt wir spielen bioshock infinite ja und nein ich bin nicht verrückt oder sonst irgendetwas weil ich habe das ganze ja schon mal gespielt wir werden den dlc spielen diese sie bestattung wie es heißt ja hier sie bestattung episode 1 werden wir spielen also nicht hier in columbia rumhängen sondern ganz woanders eigentlich bin ich ja nicht so der fan von dlcs weil ich denke das ist einfach immer nur geldmacherei von den ganzen spieleentwicklern die verlangen da relativ viel kohle für ein bisschen content auch hier jetzt bei bioshock ich glaube gehen wir noch mal hin zurück hier deswegen da gab es ja schon mal ein dlc kampf in den wolken das ist eigentlich nur irgendwie so ein arena kampf modus irgendwas glaube ich ich habe noch gar nicht reingeguckt weil das hat mich auch gar nicht interessiert und die wollten da ich glaube 12 euro oder 10 euro irgendwie davon dafür haben also für einen arena modus wo was in anderen spielen irgendwie im hauptspiel mit drin ist ist halt ein bisschen heftig alternativ konnte man natürlich sich auch diesen seasons pass kaufen wo halt alle dlcs drin sein sollen oder zumindest mal drei stück aber die haben sich jetzt so dermaßen zeit gelassen hier mit sie bestattung das einige schon gar nicht mehr irgendwie vermutet hatten dass da überhaupt noch was nachkommt nach dem kampf in den wolken und ja keine ahnung deswegen ich bin kein freund von dlc aber ein freund des ja der story von bioshock infinite deswegen habe ich mir bei erscheinen von diesem zweiten dlc mir gesagt okay die scheinen doch noch irgendwie ja ein bisschen story mäßig was dazu zu machen deswegen habe ich mir den seasons pass gegönnt und ja somit halt sie bestattung episode 1 und wenn es denn irgendwann kommt dann auch episode 2 ja dass ich das beides dann spielen kann und das dann halt auch für 15 euro ich weiß jetzt gar nicht wie teuer die dieser seasons pass ist auf jeden fall nicht viel teurer als irgendwie ein dlc download und ja so habe ich dann zumindest mal zwei dlcs die es sehr wahrscheinlich dann halt spielen werde also auf jeden fall hier das werde ich auf jeden fall spielen und was danach kommt schauen wir mal da soll ja auch episode 2 dann irgendwie rauskommen das wird dann halt auch gespielt insofern geht das ja also ich habe noch nicht irgendwie reingeguckt ich weiß nicht so ganz genau um was es da geht weil irgendwie ja story mäßig sind wir ja mit infinite eigentlich durch ich weiß halt nicht was was man da als dlc irgendwie großartig anbringen könnte aber das werden wir dann sehen in den nächsten folgen da ich ja infinite schon gespielt habe werden wohl es boiler irgendwie nicht aus bleiben deswegen würde ich einfach was sagen schaut euch mein let's play zum hauptspiel an bevor ihr mit dem dlc irgendwie weiter macht oder macht dem dlc oder fang mit dem dlc an und guckt das andere danach allerdings müsst ihr halt dann mit den spoilern nehmen deswegen ist euch überlassen wie es machen wollt mir ist es schnutzpiep egal ihr könnt auch von mir aus hier an der stelle schluss machen und denken oder trainier ist das für ein idiot da gucken wir eh nicht mehr rein ist mir auch recht okay würde ich sagen das war's dann für diese erste info folge und wir springen dann direkt in episode 1 beziehungsweise in folge 1 rein und machen da weiter also bis dann so com Vielen Dank.